Hallo, ich bin Lea von den Magical Kids. Heute ist der erste Advent und es hat geschneit. Gestern hatte ich schon einen Schneemann gebaut und heute kann ich vielleicht noch einen daneben bauen. Das ist richtig cool. Auf jeden Fall, bevor ich das mache, zünde ich mit euch die erste Kerze an. Ich wünsche euch allen einen schönen ersten Advent. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017